Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es geht darum, welche Pokémon man jetzt neu nach Pokémon Kammersin und Purpur durch das Home-Update rüberziehen kann. Wenn es bei euch noch nicht geht, das Update, keine Sorge, das kann bis zum 31.05. dauern, bis alle Zugang bekommen, weil sie das Ganze Stück für Stück machen wollen. Ich habe eine Liste gefunden von Serie B, die eigentlich sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig sind und die haben mal aufgelistet, welche Pokémon jetzt neu halt nur über den Transfer von Home nach Kammersin und Purpur kommen können. Und die gucken uns jetzt mal hier an, Leute, und ich bin sehr, sehr überrascht. Also klar, die Starter sind logisch, weil die halt über die Titan-Raids hier auch kamen, aber wir haben Arctos, Zapdos, Lavados, wir haben hier Mewtwo mit drin, Mew, gut, wie gesagt, Starter macht Sinn. Dann haben wir aber auch, ich sage Kyokre, ja, ich weiß, es soll Kyokre heißen, aber ich bin für Kyokre, Crowdon, Rayquaza, wir haben auf jeden Fall das Trio mit dabei. Dialga, Palkia, Hitran, Girantina, hier Chryselia, Archeus, okay, Starter war wieder klar. Dann haben wir auch hier die drei Djinns, Meluetta, gut, Igamaru macht Sinn. Dann haben wir hier Fynx und auch Routena und Phinexus mit drin, was ich überraschend finde. Ich meine, klar, sie kommen, sollen ja als Titanen kommen, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn die Pokémon vor dem Titanen drin sind, weil, mal ganz ehrlich, das macht die ein bisschen unattraktiver, wenn man die vorher schon haben kann. Aber gut, sollen mit drin sein. Dann haben wir auf jeden Fall auch hier Dianza mit dabei, Hooper, Volcanion, Maginara. Dann haben wir auch Gotrom mit dabei, auch da hatten wir noch nicht die Reihe mit Jim Pepp. Kann auch sein, dass er noch als Titanen kommt, aber auch da würde ich jetzt ein bisschen spät finden. Den Rest hatten wir ja schon, Zamba Center und Sechen. Dann haben wir Endy Nalos, wir haben auch hier den Bär mit seiner Weiterentwicklung. Wir haben auch hier Zarude, wir haben die neuen Regis, die beiden, also Regi Elegi und Regi Drago. Die Pferde mit Koronospa dabei. Und auch interessant, die ganzen Formen von Legenden Arceus, also hier Dammtür, Axandor, Usaluna und auch wie alle heißen hier. Und auch die Pikachus anscheinend. Die Pikachus und auch ganz wichtige Leute, Alola und Regionalformen. Das heißt, wir haben bei uns ja Raichu aktuell drin, das heißt Alola Raichu kommt rein. Wir haben Dicta, dann kommen mal auch Alola Dicta, Mautzi, Fucano, die Fleckmon-Reihe, Slimer, Voltobal, das normale Tauros. Ja klar, Arctos, Habtos, Lavados jeweils in ihrer Galar-Form. Was ich sehr geil finde, Hisui, Turnupto, feier dieses Pokémon. Ja, und auch hier die ganz anderen Formen, Hisui, Atmurai, Zorok hatten wir ja schon. Von Viscargon, seine Formen sind hier Hisui, Silvaro, Sama-Zenta mit seinem Umhang. Ja, und anscheinend auch von Grimghoul, also hier von Monitigos Unterentwicklung. Mir fällt gerade der Name nicht ein, Mist. Auch seine Form ohne die Box, die man ja aus Pokémon Go kennt. Ja Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr diese Pokémon, die hinzugefügt worden sind. Wie gesagt, ich gebe euch nochmal eine Liste. Also ich verlinke euch diese Liste, dann könnt ihr euch diese gerne nochmal anschauen. Ich muss ehrlich gestehen, ja, ich finde es ganz cool. Ich bin bei den Legis nicht so 100% sicher, ob ich es so cool finde, dass sie jetzt schon reinkommen. Ja, ich weiß, es sind Legis und die sind auch geil. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, Leute, in Zukunft, wenn irgendwo ein Raid-Event kommt und man ein Psycho-Pokémon spielen muss, wird man halt gefühlt, wenn man das Beste spielen will, halt immer Mewtwo jetzt spielen müssen. Also wollen, weil mal ganz ehrlich, Mewtwo ist halt einfach das mitstärkste Pokémon im Spiel und ist halt auch mit, es ist das stärkste Psycho-Pokémon, was wir jetzt haben. Und das ist halt bei vielen, vielen jetzt auch so. Also bei Wasser werden viele wahrscheinlich jetzt Kyokre spielen, bei Boden sehr viele, Beispiel Crowdon, Drache wird wahrscheinlich Requasa. Ich meine, es ist cool, ich feiere es, Legis jetzt spielen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt in Raids jetzt sehr einseitig wird und besonders diese Pokémon sind sehr, sehr, sehr stark. Ja, das heißt, gewisse Raids werden jetzt halt einfach noch einfacher werden. Ich persönlich hätte mir es, hätte lieber gewünscht, dass es wie bei Schwert und Schild ist, dass man die Legis halt ingame über diese Events bekommen kann. Also da gibt es ja diese Raids in der Höhle, die Dünner-Raids und ich hätte mir eher gewünscht, dass man die darüber bekommt in irgendeinem DLC, anstatt sie bei Home jetzt reinzubringen. Ja, man kann sagen, ja, die kommen vielleicht noch über das DLC, aber ganz ehrlich, alle diese Pokémon habe ich in Home und die kann ich alle jetzt rüberziehen. Das heißt, wenn das Event später kommt und sagt mir, hey, du kannst in Kamenzen und Purpur einen Crowdon fangen, dann ist für mich die Frage so, okay, warum? Ich meine, ich habe das halt schon. Klar, es gibt vielleicht Leute von euch, die haben noch keins, die haben angefangen mit Pokémon Kamenzen und Purpur und die sagen, okay, cool, aber alle, die jetzt im Endeffekt einen schon haben, ist halt der Reiz ein bisschen weg. Wisst ihr, ich meine, weil man hat es ja schon vielleicht drüben, wenn man es unbedingt drüben haben will. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Das ist halt wie mit denen, wenn wirklich noch für Nexus und noch Gotrom kommen. Wisst ihr, aktuell war ja auch der Anreiz, man macht den Titanen, klar, man hat das Titanen-Abzeichen, das wäre bei der Special, aber viele wollten unbedingt einen Shiny haben, wollten ihn spielen. Jetzt ist halt, wenn ich halt meinen Shiny-Gothrom von Shirt und Schild rüberhole, ist halt die Frage, hm, brauche ich jetzt unbedingt dann den, wisst ihr, was ich meine? Es ist so der Punkt. Also man kann es, ich finde, von beiden Seiten betrachten. Ich finde es irgendwo ganz cool, dass wir halt neue Pokémon dazubekommen, auch dass mal Abwechslung mit reinkommt. Aber jetzt kommt diese große Sache. Ich finde, Pokémon ist jetzt in der, in der, ich bringst du das falsche Wort, die müssen nichts tun, ja, also sie können. Aber wenn sie schon so geile Pokémon jetzt mit reinbringen, dann will ich jetzt auch in Zukunft coolere Events haben. Also ich will wirklich dann jetzt ein bisschen mehr Content bekommen. Letzten zwei Wochen waren ja jetzt ohne Events. Weil wenn ich jetzt schon mit den Legis zusammen spielen kann, dann will ich jetzt auch, wisst ihr, keine, dann können die jetzt schon sieben Sterne-Rates machen, die vielleicht ein bisschen cooler sind. Vielleicht auch die Legis, wisst ihr, man kann jetzt ja ganz easy sagen, okay, wir machen einfach jetzt ein Mewtwo-Rate-Event. Weil Mewtwo ist dann ja drin über Home. Und das heißt, man kann ja dann auch sagen, okay, warum nicht einfach Mewtwo als Raid-Boss reinbringen. Titan-Mewtwo, wie geil wäre das denn? Sieben Sterne Mewtwo Level 100. Könnte ein ziemlich mieser Boss werden, wisst ihr. Das wäre mir fast sogar lieber, als wenn sie jetzt hingehen und sagen, wir bringen Prigaron zurück. Aber gut, neben die eigene Meinung. Schreibt mal eure dazu gern. Die Kommentare würden mich mega interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr sagt, ja okay, ich finde es cool, dass die Legis mit reingekommen sind. Ich finde es nicht so cool, dass die Legis mit reingekommen sind. Ja, euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum Ende und ciao.